Ich lerne Deutsch. Nummer 13368 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Heute ist unser erster Hochzeitstag. Wir warten auf die Gäste. Wie hoch ist das Arbeitslosengeld, das ich vom Arbeitsamt erhalte? Wie hoch ist das Arbeitslosengeld, das ich vom Arbeitsamt erhalte? Diese Pflanze wächst vornehmlich in tropischen Regionen. Diese Pflanze wächst vornehmlich in tropischen Regionen. Diese Pflanze wächst vornehmlich in tropischen Regionen. Betont, dass die Pflanze hauptsächlich in tropischen Gebieten zu finden ist, aber auch anderswo vorkommen kann. Beim Lachen werden zahlreiche Muskeln aktiviert, vor allem im Bereich des Zwerchfells und des Gesichts. Beim Lachen werden zahlreiche Muskeln aktiviert, vor allem im Bereich des Zwerchfells und des Gesichts. Vertrauen ist wie ein Sprung ins Unbekannte. Es erfordert Mut, sich fallen zu lassen, führt aber oft zu den schönsten Erfahrungen. Vertrauen ist wie ein Sprung ins Unbekannte. Es erfordert Mut, sich fallen zu lassen, führt aber oft zu den schönsten Erfahrungen. Vertrauen ist wie ein Sprung ins Unbekannte. Es erfordert Mut, sich fallen zu lassen, führt aber oft zu den schönsten Erfahrungen. Ich mache die Buchungen für die Buchhaltung selbst. Den Rest erledigt der Steuerberater. Ich mache die Buchungen für die Buchhaltung selbst. Den Rest erledigt der Steuerberater. Hoffnung ist die Brücke, die uns von der Gegenwart in eine gute Zukunft führt. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.